Diese hier angebotene 6-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 3000 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017